Ah, da war die Folge ein bisschen länger, habe ich wieder nie aufgepasst. Nein, nein, Spaß. Ist eigentlich relativ ein bisschen egal. Denn wie gesagt, manche Folgen werden nur 19 Minuten, manche können 20 Minuten werden. Ist immer so unterschiedlich bei mir. Also nicht wundern, wenn das dabei ist. So, jetzt versuchen wir mal noch hier. Hier ist keine Tür drin. Ich glaube, die beiden waren das hier. Die beiden Wummköppe hier, genau. Wer war denn hier da? Eins, zwei. Zwei Schmarktis. Und du hast doch gesagt, wenn ich die Gürbel noch gebe. Drei Stück, eine Schere. Gut, ist natürlich ein schlechtes Geschäft, aber wir können immer noch ein paar rauszweigen aus dem Geschäft mit Weizen. Komm, Äpfel eben noch reinhauen. Denn ich habe damit natürlich auch noch was vor. Und ich brauche ein bisschen Leder. Leder, Leder oder Kühe. Ähm, ja da bin ich jetzt gerade alles am überlegen. Wie mache ich das am besten? Es gibt nämlich eine Option, wie man schneller Kühe hier hinbekommt. Und zwar mit einem goldenen Lasso. Ähm, ob das funktioniert, weiß ich nicht. Können wir mal direkt gucken. Ich glaube, das gibt es hier noch. Das Lasso. Da ist es. Ach, da war eine Enderpelle bei. Jetzt weiß ich, was da dran komisch war. Da war die Enderpelle bei. Ähm. Gut. Einfache Option, die Dinger da hinzuschaffen ist. Ähm. Wir machen hier uns Zäune. Genau. Zack, einmal. Zweimal. Machen wir uns zwei Zäune. Und ich klatsche dir jetzt einfach mal 3,5 hier vorne hin. Wo ich jetzt gleich ein paar Kühe halten werde. Und schnappe mir einfach meine Portal Gun und schieße die immer unten drunter an. Sprich, ich muss das gar unten rechts machen, ne? Ja. Gut, das war jetzt falsch. Äh. Immer mit rechts klick. Gut, jetzt ist gleich nur nachts. Das ist natürlich nochmal super herrlich hier, dass es nachts wird. Ist ja auch egal. Holz hier rein, Holz hier rein, Holz hier rein. Ähm. Kürbisse. Smaragde. Was zu essen. Das brauche ich alles nicht. Hier kann noch die Smaragde rein. Wie viel haben wir? Fünf Stück. Fünf Stück ist immer gut. Wir können noch nicht schlafen. Wir können noch eine Schüssel herstellen. Zack. Und hier so eine Mixed Berry. So eine, ja eine Mixed Berry Metal. Also eine Beeren Schüssel gemixt. Jetzt versuchen wir noch ein paar Kühe ranzuholen. Aus dem Grund, dass wir aus dem Leder Bücher bekommen. Hopp. Achso, das ist ja die Pfeiltaste. Alles klar. Das war dieses Ding richtig. Genau. Flup, flup, flup. Wir holen jetzt noch ein paar Kühe ran. Schafe brauche ich noch nicht. Oder? Ey Schaf, geh mal bitte da rein. Danke. So, bis jetzt hinten da, ne? Jupp. Oh, da ist ja schon wieder ein Chunk. Oh, das ist natürlich widerlich. Diese Chunkfehler hier. Wir können uns ein bisschen cheaten hier. Hier ist nichts Besonderes drin. Jetzt muss ich einmal hier kurz außen rumlatschen. Denn die sind immer das Problem, dass es ein bisschen leckt. So, zwei Schweine brauche ich noch nicht. Ich brauche zwei Kühe. Zwei Kühe machen Mühe. Mehr brauche ich auch noch nicht. Jetzt habe ich glaube ich keinen Wegpunkt gemacht. Doch. Mit dem Wegpunkt kommen wir natürlich schneller nach Hause. E.T. schneller nach Hause telefonieren. Boah, da sehe ich doch schon was Gutes. Da hast du eine Kuh? 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 Tschau, Kuh. Tschau, Kuh. Tschau, Kuh. Scharf, 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 Scharf. Da sind noch ein paar Kühe. Kuh. 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 Kuh, habe ich gesagt. Kuh. Tschau. Tschüss, Kuh. Hi, Kuh. Hi, Kuh. Ciao, Kuh. Hi, Kuh. Hi, Kuh. Hallo, Kuh. Hallo, Kuh. Hallo, Kuh. Hast du alles davor? Okay. Jetzt hast du keine Angst mehr davor. He, 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 he. Ich finde es so geil. So, jetzt sind ein paar blaue Dinger hier. Ah, guck mal, hier können wir auch schnell außen rumlatschen. Natürlich leckt es wieder ein bisschen. Naja. Ist jetzt auch nicht so wild. Natürlich gleich einfach mal alles wieder laden und nach der Aufnahme natürlich stoppen. Oh, sie haben neue Updates. Das heißt, wir können hier sagen, das passt. Was aber nicht passt, ist jetzt dieser Abstand gleich. Zack. Zack, zack. Vielleicht kriegt er noch einen Besucher. Nein, habt ihr nicht. Und jetzt brauchen wir... Oh. Warum macht ihr denn da drin? Da wollte ich doch keine Rennen haben. Äh, da. Die können auch noch wieder zurück. Äh, die können auch hier noch zusammen... Zack, komm, wir machen einmal so. Einmal hier ein bisschen zusammenfassen. Weizen, Weizen, Weizen wollte ich doch. Eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei, eins. Will jemand noch, wer hat noch nicht? Komm her. Gut. Zwei Kühe oder so schon mal töten. Zack. Oh, jawohl. Pasch da. Das passt doch direkt. Mäh, muh, mä. Eins, zwei für Bücher. Vielleicht machen wir uns gleich noch ein paar Bücher mehr. Müssen wir auf jeden Fall für ein Bücherregal und sowas. Apropos Bücherregale, die können wir gleich uns da hinten überhaupt zwacken. So. Und dann, äh. Dann platzen wir doch hier. Ah, warte mal. Komm, wir machen das jetzt einfach so. Ungeniert machen wir das jetzt einfach so. So. Zack. Zack. Ach so, ich bin ja blöd, das kommt ja so. Und dann kommt es erst so. Und dann haben wir ein paar Bücher. Äh, ne Axt brauche ich dir wieder, ich brauche ein paar Werkzeuge. Stickies habe ich noch. Ah, da oben ist. Und dann kommt hier erstmal eine Axt. Ach, da kann ich einfach so machen. Dann machen wir uns eine Axt, dann machen wir uns eine zweite Axt. Und dann brauchen wir vielleicht noch ein paar Spitzhacken. Und, äh, vielleicht noch ein Schwert. Vorsicht ist immer besser als Nachsicht. Ah, ne, da kommt hier nicht rein. Mein Freund, das kommt vielleicht hier rein. Und dann holen wir uns mal eben. Da hinten alles weg. So, Yolos weg, da holen wir uns alles weg. Oh, ich sehe schon, ich habe Beeren fertig. So, natürlich ist dieser Busch jetzt hier passender drauf, ist natürlich klar. Aber wir setzen einen weiter, das heißt, der kann auch wieder wachsen in die Höhe. Die wachsen ja schon alle in die Höhe, weil diese Felder reichen auf jeden Fall. Gut, das Problem wird nachher sein, wir haben von den anderen mehr als von diesen hier. Gut, drei hier dazwischen, naja. Hier habe ich nur zwei gemacht. Passt, ach, passt schon irgendwie. Soll schon irgendwie funktionieren. So, erstmal bin ich bei dir rein hier. Klopf, klopf. Und zwar, wie komme ich da am schnellsten rein? Am besten immer hinter mir zumachen. Klopf, klopf. Du brauchst ja sowieso nicht. Ach, schade. Manchmal gibt es auch eine Truhe dahinter. Aber diesmal leider nicht. Sagt er mir nicht. Eichenholz. Aber was willst du tauschen? Fünf Maragte gegen eine Watercolor. Gegen eine Watercolor-Page. So, willst du hier rein, willst du hier nicht rein? Okay, willst du nicht. Und dann will ich noch bei euch einmal rein. Guten Tag. Angenehm. Der Bruchssammler. Ach, guck mal. Wie schön. Die wechseln das mal ab. Seit wann hast du so einen Eisenhelm auf? Mein guter. Okay, hier war diese beiden. Zack, wieder zumachen hier. Bevor noch was Schlimmeres passiert. Hier habe ich jetzt natürlich alles weg gehabt. Genau. Das passt ja. Und... Ein paar Kartoffeln wieder anpflanzen hier. So, mal rum. Doch, das ist mein Essen jetzt. Und vielleicht hier wieder ein bisschen gucken, ob ein bisschen Weizen übersteht. So, meine Portalgun. Zack, zack. Fertig, fertig. Wie gesagt, da versuche ich noch ein bisschen den Typen rauszukitzeln. Mit seinem Weizen. Damit ich mir ein paar Smarakte schnorren kann. Bis es nicht mehr geht. Das geht, das geht. Ah, wo bist du? Oh, Zombie. Bist du irgendwie drunter? Ja, ist mir klar. Hier drunter bist du, glaube ich. Guck, guck. Oh, da ist einer fertig geworden. Zack. Leider nur ein... Warte mal, 19 oder 21 Stück? Ah, 19. Danke für den Smarakt. 3 Smarakte ist klar. Vielleicht später mal. Ich brauche erst mal neun Stück. Du willst da rein, du willst da raus, jo. Entscheidet euch. Ich lasse euch beide aber nicht rein und beide nicht raus. Denn da geht lieber einer drauf, als ich einen da noch reinlasse. Oh, da ist die Aufnahme ein bisschen größer geworden. Dann bin ich mal kurz in Cut. Bis gleich.